Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts. Heute sprechen wir über ein meiner Meinung nach sehr spannendes Thema und vor allen Dingen sprechen wir auch darüber, weil ihr es euch so häufig gewünscht habt. Ihr habt mich sehr oft kontaktiert, sehr oft angeschrieben bei Instagram, aber auch per Mail. Schau dir doch mal diesen Film an. Diesen einen Film, über den gerade so viele Bergsteiger sprechen, der gerade bei Netflix rausgekommen ist. Manche haben mir dazu geschrieben, sag doch mal deine Meinung dazu. Andere haben doch mal geschrieben, analysiere das Ganze doch mal so aus einer bergsteigerischen Perspektive. Nimm das Ganze doch mal so ein bisschen auseinander. Und ja, ich glaube, genau das machen wir heute einfach mal. Und ich möchte gleich vorweggreifen. Ich bitte euch, dass wir uns gerade unter dem YouTube Podcast sozusagen sehr, sehr, ja, sagen wir einfach mal, freundlich unterhalten und diskutieren. Und wir können gerne über vieles debattieren und diskutieren. Und ich weiß es noch aus anderen Podcast-Episoden. Wenn ich mal eine etwas störrische Meinung in den Ring werfe, einfach mal auch, um ein bisschen zu provozieren, dann kommt das manchmal tatsächlich sehr seltsam anscheinbar. Denn was ich dann teilweise da für Beleidigungen und so kassiere und mit etwas ferner Hetze, dann ich da auf einmal rechnen muss, das ist nicht in Ordnung. Und deswegen spart euch bitte jegliche Beleidigungen. Ja, alles, also ich habe mittlerweile Spam-Filter. Die löschen alles raus von Beleidigungen, die an mich gerichtet sind, die an meine Familie gerichtet sind und so weiter. Wird alles automatisch rausgefiltert. Also gebt euch gar nicht die Mühe. Aber über konstruktive Diskussionen freue ich mich natürlich immer wieder. Ich bin mir sicher, dass sich auch heute wieder sehr viele dazu berufen fühlen werden, mitzudiskutieren. Und darauf freue ich mich natürlich. So, worum geht's genau? Wir sprechen heute über den Film 14 Gipfel. Nichts ist unmöglich. Oder auch genannt 14 Peaks. Nothing is impossible, wie er im Englischen heißt. Im Film geht es um einen Mann, der etwas ungewöhnlich ist. Ungewöhnlich ist er, und das werden wir im Laufe des Films erfahren, aufgrund mehrerer Tatsachen. Aber für den Laien oder für den Betrachter von außen ist er erstmal ungewöhnlich, weil er Nepalese ist und es geht scheinbar irgendwie ums Bergsteigen. Womit der Film gleich zu Beginn aufwartet, ist, dass er, dass der Nepalese klar darstellt, er ist kein Sherpa, er ist Bergsteiger. Und er möchte diese Gruppe von Menschen, die Sherpas, aus diesem Bild der Träger raus katapultieren, in das Bild der Alpinisten, der Expeditionisten, der Bergsteiger und der ernstzunehmenden Konkurrenz. Das stellt er gleich zu Beginn so klar und möchte das auch so durchweg durch den Film so festhalten. Das Ganze ist schon mal eine relativ gewagte These und viele Leute freuen sich, weil, ja, eine Minderheit schafft es nun quasi das Schattendasein abzulegen und wird jetzt auf die große Bühne gehoben und kann sich da auch ganz selbst hinbringen. Niemand aus dem Westen beispielsweise muss da helfen, niemand muss sie irgendjemandem eine Bühne bieten, sondern das hat sich dann Nirmalpurja ganz selbst erarbeitet. Das ist natürlich etwas Besonderes, das ist etwas Spezielles. Dieser Film erschien bei Netflix und ihr müsst jetzt keinerlei Sorgen haben, dass ich da euch jetzt irgendwie großartig spoilern werde, denn, naja, jeder, der weiß, worum es ungefähr geht, 14 Peaks, Nothing is Impossible, der wird genau wissen, worum es geht. Es geht um die Besteigung der 14 höchsten Berge der Welt, die 14 Achttausender. Und das gelingt ihm. Das sage ich jetzt hier gleich mal vorweg. Das ist aber für niemanden von euch eine Überraschung. Wir alle haben den Film vielleicht nicht gesehen, aber wir alle haben den medialen Aufschrei gehört, als er es geschafft hat. Und, ja, es ist jetzt kein, ja, es ist jetzt kein riesiger Spoiler, glaube ich. Also, es geht darum, Nirmalpurja hat es geschafft, hat 14 Achttausender bestiegen, aber das ist jetzt keine Besonderheit. Das haben schon ein paar, eine Handvoll Menschen, haben das schon geschafft. Warum kommt er jetzt in einen Film und die anderen vielleicht nicht und die anderen vielleicht nicht so und so weiter. Naja, da haben wir auf der einen Seite natürlich mal die Begründung, er ist Nepalese, dadurch ist es etwas Besonderes, denn eigentlich ist dieses Achttausender Bergsteigen immer schon was für die westlichen Bergsteiger gewesen, die aus Nepal, die konnten sich das meistens nicht leisten oder auch die Menschen aus Pakistan konnten sich das nicht leisten und da spielt ja viel Ausrüstung eine Rolle, viel Logistik und so weiter. Das ist alles nicht so einfach und deswegen waren diese Menschen immer eigentlich nur als Porter angestellt für die westlichen Bergsteiger. Gut, deshalb ist es etwas Besonderes, das haben wir geklärt. Warum ist es noch etwas Besonderes? Naja, Nirmalpurja ist nicht einfach irgendein Mensch, sondern er ist ein Mensch, der es gerne allen beweisen möchte. Das sieht man auch im Laufe des Films immer wieder. Er ist zwar jetzt kein unbedingt unfreundlicher oder sehr ernster Mensch, aber er ist jedenfalls sehr, sehr zielstrebig und sehr fokussiert und kann dabei aber gleichzeitig auch immer sehr genügsam und trotzdem auch sehr freundlich bleiben und sehr offen und sehr weltoffen, so wie man Nepalesen eben auch, zumindest viele Nepalesen, auch einfach so vom Gemüt her kennt. Gut, und das, was ihn dabei auszeichnet, ist, dass er das Ganze in einer Rekordzeit schaffen möchte. Er sagt selbst, jahrelang brauchen die Menschen um 14.8000er zu besteigen. Er möchte das Ganze jetzt ändern. Er möchte innerhalb eines Jahres auf allen 14.8000ern stehen. Nirmalpurja hat damit etwas vor, was nicht ansatzweise vergleichbar ist mit irgendeiner anderen Leistung, die auf den 8000ern dieser Welt bereits vollbracht wurde. Das ist natürlich ein großes Wort, wenn man das sagt, nichts Vergleichbares, aber es ist halt tatsächlich Fakt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand nächstes Jahr hierher kommt und sagt, okay, jetzt mache ich das auch mal nach und ich mache das in noch kürzerer Zeit, die ist seit Nirmalpurja das Ganze umgesetzt hat definitiv sehr, sehr stark geschrumpft. Wir können den Film eigentlich ganz kurz zusammenfassen und er lässt sich auch sehr gut zusammenfassen. Nirmalpurja geht auf eine Reise. Er möchte innerhalb eines Jahres 14.8000er besteigen und es gelingt ihm. Dabei wird jeder Gipfel so ein bisschen kurz porträtiert. Mal mehr, mal weniger, je nachdem, ob Nirmalpurja der Meinung ist, dass dieser Gipfel relevanter oder irrelevanter in seiner Porträtierung ist. Das entscheidet wahrscheinlich er, denn er filmt das ganze Material, auch wenn es sich um einen Netflix-Film handelt. Man sieht, ja, die Produktionen, das ist alles sehr professionell. Nirmalpurja hatte bereits vorher schon geplant, das Ganze zu einem Film zu machen, sonst gäbe es diese ganzen wunderbaren Aufnahmen eigentlich nicht. Man muss jetzt davon ausgehen, dass hier tatsächlich eine Konzeption, ein Plan dahinter stand, dass man das alles zu einem anderthalbstündigen Film, zu einem Blockbuster quasi weiterverarbeiten möchte. Das bedeutet in erster Linie, okay, er hatte etwas sehr Großes vor, aber er hatte wahrscheinlich auch schon im Hinterkopf, dass das möglich sein würde, sonst würden hier diese Filmproduktionsaufwände wahrscheinlich nicht, ja, würden nicht in einer Relation zum bergsteigerischen Aufwand stehen, zum finanziellen Aufwand und so weiter. Also, es war eigentlich schon so, dass geplant war, das ist möglich, das sollte machbar sein. Natürlich mit den ganzen vielen Unbekannten, dass das im Berg nicht immer so läuft, wie man sich das vorstellt. Gut, aber ein großer Unterschied zu den klassischen nepalesischen Bergsteigern, ja, den finden wir bei Nirmalpurja schon. Nirmalpurja ist kein typischer Nepalese. Er vertritt die Nepalesen und das sagt er auch selber, er steht jetzt hier für das Volk oben, er steht nicht für sich allein hier oben, er will nicht allein irgendeinen Erfolg feiern, sondern er ist der Vertreter einer Nation. Das sagt er selbst so im Film und es ist schon irgendwie spannend, ihn als den Repräsentanten eines Volkes des zweitärmsten Landes der Welt zu betrachten. Gerade in Anbetracht der Tatsache, dass Nirmalpurja mit dem klassischen Nepalesen nicht mehr so viel gemein hat. Nirmalpurja lebt nicht in großer Armut. Das tun aber sehr, sehr viele Nepalesen. Er lebte auch vor seiner großen Reise zu den 14.8000ern nicht in großer Armut. Ganz im Gegenteil, er war einer der Durchschnittsbevölkerung, wenn man das mit westlichen Standards vergleichen möchte. Das heißt, er war in Nepal eigentlich ein reicher Mann. Das möchte ich ihm gar nicht vorwerfen, es ist aber ein wichtiges Detail, was wir in der Analyse des Films und vor allen Dingen der Gedanken von Nirmalpurja sehr gut brauchen können. Diese Information sagt uns nämlich, dass es durchaus immer noch ein gewisses Startkapital braucht, um seine Reisen zu finanzieren. Es braucht immer noch eine gewisse Grundvoraussetzung, die erfüllt sein muss, um die Logistik stemmen zu können. All das kommt nicht von irgendwo her. Die Nepalesen haben einen sehr, sehr guten Grund, warum sie nicht alle Bergsteiger sind und warum sie nicht alle in ihrer Freizeit irgendwie 7.000er und 8.000er besteigen und Erstbesteigungen im Himalaya machen, von denen es noch unzählige gibt. Und dieser gute Grund heißt Armut. Diese Menschen leben fast alle in einer unfassbaren Armut, sodass sie dazu gezwungen sind, sieben Tage die Woche, neun, zehn Stunden am Tag zu arbeiten, nur um zu überleben. Entweder sie arbeiten auf einer Baustelle oder sie arbeiten irgendwo für die staatliche Verwaltung, für die Infrastruktur, die es nur so lala gibt. Aber vielleicht, oder das ist meistens der Fall, auch einfach nur in der Landwirtschaft, um sich selbst ernähren zu können. Das sind alles Fulltime-Jobs. Niemand von den Menschen in Nepal, der durchschnittlichen Bevölkerung, hat die Möglichkeit, einfach so mal ein bisschen bergsteigen zu gehen. Das ist ein Gedanke, von dem wir uns dringend verabschieden sollten, wenn wir uns mit der Figur Nirmal Purja und den 14 Achttausendern und diesen Expeditionen beschäftigen. Nirmal Purja ist Nepalese, aber gerade hier sehen wir, dass vieles eigentlich von dem, was wir hier bewundern, mit einer Nationalität zusammenhängt. Das Besondere ist natürlich auch die Besteigung der 14 Achttausender in Rekordzeit, aber was medial immer wieder aufgewertet wurde, ist seine Herkunft. Und gerade da möchte ich einmal kurz einhaken und sagen, wir Menschen sind im 21. Jahrhundert eigentlich schon weiter als Nationalitäten. Wir müssen uns nicht mehr zu einer Nationalität zugehörig fühlen. Wir können das natürlich tun, aber andererseits sind Außenstehende auch nicht verpflichtet, das dann höher oder minderwertiger wertzuschätzen, wenn jemand aus einem bestimmten Land kommt. Die Herkunft sagt ja relativ wenig darüber aus, wie fähig oder unfähig man ist, wie arm oder wie reich man ist, wie gebildet oder ungebildet man ist. Diese Beispiele sieht man immer wieder an Ausreisern, aber auch am Durchschnitt, der sich dann doch in ganz andere Richtungen entwickeln kann. Es gibt Menschen in Deutschland und Österreich, die keinen Hauptschulabschluss haben. Es gibt Menschen in Deutschland und Österreich, die weit unter dem Existenzminimum leben müssen oder auf der Straße sitzen. Und das in Ländern, Deutschland und Österreich, die zu den reichsten der Welt gehören. Es gibt Menschen, die in Südafrika leben und plötzlich Milliardäre werden. Wir erinnern uns an Elon Musk beispielsweise, der aus Südafrika ausgewandert ist, weil er so begabt war, dass er in der Schule quasi sich gelangweilt hat und deswegen dann nach Kanada und in die USA ging. Diese Ausreißer beschreiben eigentlich sehr gut, dass eine Nationalität nicht unbedingt mit irgendeiner Fähigkeit verbunden sein muss. Und diese Erkenntnis sollten wir nicht einfach ignorieren oder es lapidar darstellen. Sie ist wichtig. Denn wenn wir diesen Film bewerten, dann können wir nach unserer neuesten Erkenntnis jetzt der letzten Minuten auch sagen, dass wir diese Nationalität einfach ausklammern können. Denn bei Nirmal Purja handelt es sich eben nicht um den klassischen armen Nepalesen. Der war er mal, er wuchs in einer sehr armen Familie auf und das beschreibt er ja auch selbst im Film, dass die Verhältnisse sehr ärmlich waren. Aber alle Kinder der Familie haben sich hinausentwickelt aus dieser Armut, aus diesen einfachen Verhältnissen. Sodass es letztlich gereicht hat, dass sein Bruder beispielsweise sehr erfolgreich wurde. Aber auch er selbst es sogar so weit geschafft hat, dass er zuerst zu den Gurkhas ging. Das ist eine wahnsinnig spezialisierte Einheit der nepalesischen Armee. Und später dann sogar zu den Special Forces der britischen Armee ging. Bei den Special Forces der britischen Armee, da lernt man natürlich in der härtesten Schule der harten Schulen eigentlich nur psychisch und physisch möglichst abgestumpft gegenüber Herausforderungen, ja vielleicht auch Schmerzen zu sein. Das alles sollte ihm definitiv auf seiner Reise zu den 14.8000ern helfen. Ein typischer und klassischer Weg eines Nepalesen, ein typischer und klassischer Karriereweg unter Anführungszeichen eines Nepalesen ist das aber bei weitem nicht. Nirmal Purja kann sehr, sehr gutes, flüssiges Englisch. Auch seine Frau kann flüssig Englisch. Sie bewegen sich zwischen Traditionen, wenn man beispielsweise die Bilder aus dem Film der Hochzeit hernimmt, aber auf der anderen Seite auch in einer sehr fortschrittlichen und modernen Welt, die mit dem typischen Nepal nicht mehr wirklich viel gemein hat. Das ist übrigens überhaupt nicht als Vorwurf gemeint. Es ist vor allen Dingen erst mal positiv, dass sich Menschen aus einer Armut herausentwickeln können. Das bedeutet nämlich gleichzeitig, dass der Individualismus in diesen Gebieten doch sehr stark sein kann und dass die Fähigkeiten immer noch mehr wert sind als die Herkunft. Das ist ein typischer Beweis dafür. Gleichzeitig muss man aber auch dann davon absehen, dass es sich hierbei um einen typischen Sherpa handelt, der jetzt einfach aus seinen Normen ausbricht. Es wird beschrieben, dass Nirmal Purja ein Unbekannter war. Er hatte ein verrücktes Projekt vor, aber in Wirklichkeit war er kein Mensch, der sich im Alpinismus bereits einen Namen machen konnte. Das ist aber eine wichtige Prämisse und gerade im Westen muss man sagen, dass unter gewissen Sponsoring-Voraussetzungen natürlich es wichtig ist, erst mal alpinistische Leistungen abliefern zu können, bevor man dann mit den Geldern anderer Menschen neue Projekte umsetzen kann. Ich kann da ganz aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung sprechen. Es ist sehr schwierig, am Anfang einer alpinistischen Karriere Gelder für Projekte zu akquirieren. Die ersten Gespräche, die ich für die Projekte in 2021 hatte, die waren doch sehr zäh und schwierig. Letztlich gelangen einige Deals, auch wenn das durch meine Verletzung dann leider nichts wurde, aber letztlich gelangen einige Deals, aber sie waren mit zu deutlich schlechteren Konditionen, als was man jetzt vielleicht für einen etablierten Alpinisten vereinbart hätte. Das ist auch vollkommen nachvollziehbar, denn sonst könnte ja jeder Hans und Franz zu einem großen Sportartikelhersteller oder zu einer großen anderen Firma gehen und glauben, dass er hier jetzt Geld absahnen kann für seine nächste Wald- und Wiesenwanderung und das möchten die Sponsoren natürlich nicht. Deshalb war es für, oder ist es natürlich für einen unbekannten Alpinisten in der westlichen Szene unfassbar schwierig, neue Sponsoren zu akquirieren, wenn man zuvor nicht schon alpinistische Höchstleistungen erbracht hat. Für Nimal Purja galt das aber nicht ganz, denn Nimal Purja, er hatte diesen relativ großen Vorteil, dass er als jemand, der Social Media gut verstand, weil er eben auch sehr viel Zeit in der westlichen Welt verbrachte, ich erinnere nochmal daran, dass er auch eine Zeit lang in England war etc. Das alles verhalf ihm natürlich zu einer größeren Reichweite und gleichzeitig muss man sagen, dass ihm dann auch die Tatsache, dass er eben aus Nepal war und damit sozusagen ganz entgegen dem eigentlichen Image der Nepalesen doch ein sehr großes Alleinstellungsmerkmal inne hatte. All das konnte ihm natürlich dabei helfen, sich besser zu vermarkten und das ist ein Vorteil, den westliche Newcomer nicht haben. Kann man also jetzt sagen, dass Nimal Purja tatsächlich der Newcomer mit den schwersten Einstiegsvoraussetzungen war, nur weil er Nepalese war und dadurch aus einem Land kommt, das sehr arm ist? Eigentlich nicht. Eigentlich ist es für manche andere tatsächlich noch viel schwieriger, aber ich möchte das gar nicht jetzt vergleichen mit irgendjemandem aus, der vielleicht aus Zentralafrika als Alpinist werden will, denn diese Vergleiche, darauf will ich gar nicht hinaus. Ich möchte nur eine gewisse Ebene schaffen, von der aus wir uns nun diesen Film im Detail anschauen können. Nimal Purja möchte in diesem Film vor allen Dingen darauf hinaus, dass die Nepalesen am Vormarsch sind. Sie sind am Vormarsch im Alpinismus. Sie möchten alle gemeinsam mehr in den Alpen erreichen, sie möchten Teil großer Teams sein, sie möchten große Projekte umsetzen und ganz zum Schluss des Filmes ist der letzte Satz von Nimal Purja, dass er noch ein sehr, sehr großes Projekt vorhat, noch etwas, was viel, viel größer ist, als die 14 Achttausender innerhalb eines Jahres zu besteigen. Das ist seine Kernaussage, vor allen Dingen zum Schluss hin. Er möchte also zeigen, wir Nepalesen, wir kommen jetzt, wir spielen jetzt im großen Spiel der großen Berge mit. Wir haben sie nicht nur vor der Haustür, sondern wir werden sie jetzt auch für uns vereinnahmen. Und man darf dabei auch nicht vergessen, dass auch die besten Alpinisten natürlich immer in gewisser Weise mit ihrem Leben jonglieren, wenn sie auf sehr anspruchsvollen Touren im Himalaya unterwegs sind. Die Sherpas, ganz unabhängig von Nimal Purja, die Träger und Sherpas, die westliche Expeditionen auf den Everest führen, die befinden sich immer in einer sehr großen Gefahr und sind aber gleichzeitig unfassbar begabte Bergsteiger. Ich erinnere beispielsweise an die Kumbu Icefall Doctors. Das sind Menschen, die nur dafür zuständig sind, den großen Kumbu Gletscher, den Eisbruch abzusichern, damit westliche Expeditionen drüber gehen können. Das alles ist immens gefährlich. Diese Menschen haben eine unglaubliche Erfahrung im Umgang mit technischen Gerätschaften wie Eisgeräten, Absicherungen, aber auch mit ungewöhnlicheren Absicherungsmethoden wie Leitern. Die Menschen haben viel Erfahrung, bewegen sich in einem sehr gefährlichen Terrain und wissen ganz genau, wie sie sich bewegen müssen. Diese Menschen sind also alles erfahrene Alpinisten und trotzdem sterben jedes Jahr ein, zwei Sherpas bei ihrer Arbeit am Mount Everest. Und auch an anderen Bergen passiert das selbstverständlich. Das bedeutet, dass Nirmalpurja hier sich eigentlich keine Ausnahme schafft. Auch Reinhold Messner schuf sich in den 70er Jahren keine Ausnahme, dadurch, dass er aus Südtirol kommt und deshalb in den Bergen aufwuchs. Nein, das Extrembergsteigen in extremer Höhe, es wird immer gefährlich bleiben. Und Nirmalpurja hat jetzt eine sehr große und sehr mächtige Bestätigung dafür, dass er wahrscheinlich einer der besten Alpinisten der Welt ist. Und das möchte ich auf keinen Fall kleinreden, das ist er einfach, das ist Fakt. Und dabei sollte man aber nicht vergessen, dass natürlich jedes Mal, wenn Grenzen nach oben verschoben werden, es sich hierbei auch um ein ganz neues Level der Gefahr handelt, wenn man über diese Grenzen nochmal hinaus wachsen möchte. Nirmalpurja hat aber auch ein Potenzial, das wir vielleicht auch noch gar nicht als ausgeschöpft betrachten können. Wenn er beispielsweise nach einer durchzechten Nacht dann trotzdem nochmal an einem Tag einfach schnell auf einen Achttausender steigt, dann weiß man, dieser Mann hat unfassbare Fähigkeiten. Mag es an seiner Genetik liegen, mag es an seiner Abhärtung liegen, mag es an seinem Training liegen, vielleicht aber auch einfach durch den Drill der vielen Spezialeinheiten, in denen er sich bewegt hat. All das kann zusammenspielen. Vielleicht ist es auch keiner der isolierten Faktoren, sondern einfach alles zusammen. Wir wissen nicht, wohin die Reise noch gehen kann. Auch das sehen wir in diesem Film. Er tut sich relativ leicht mit den Herausforderungen. Das Ganze macht das alles aber auch so spannend, wenn man das retrospektiv betrachten möchte. Dieser Mann macht den Eindruck, als wäre alles relativ leicht von der Hand gegangen. Aber andererseits sehen wir in den Filmen immer nur, oder in diesem einen Film und in den einzelnen Ausschnitten der Berge immer nur einen sehr, sehr kleinen Bruchteil. dessen, was wirklich passiert ist. Das ist auch meine größte Kritik an dem Film. Und dabei geht es gar nicht so um die Kritik an Nirmal Purja, sondern an dem Setting. Man hat schon in anderthalb Stunden versucht, möglichst viel und möglichst sinnvoll all die Informationen, die man transportieren möchte, auch zu transportieren. Das Problem ist aber, dass mit 14 Bergen, die in ihrer Komplexität alle für sich allein stehen müssen, nicht nur können, sondern müssen. Man versucht natürlich hier einem Ziel hinterher zu laufen. 14 Berge, aber ein Film, das kann nicht gut gehen. Vor allen Dingen dadurch nicht, dass man sich in diesem Film natürlich auch sehr stark auf die Person Nirmal Purja konzentrieren möchte. Man konzentriert sich auf ihn, man konzentriert sich auf seine Herkunft, man konzentriert sich auf Freunde. Don Bowie, Conrad Anker, all diese Menschen, Jimmy Chin, alle diese Menschen haben etwas dazu zu sagen. Nein, nicht Don Bowie, Entschuldigung, nicht Don Bowie, sondern fällt mir jetzt gerade nicht ein, nicht so wichtig, vielleicht fällt es mir später noch mal ein. So, all diese Menschen haben auch noch mal etwas zu sagen. Reinhold Messner wird noch mal einbezogen in den Film. Es wird seine Mutter mit einbezogen, seine Herkunft wird mit einbezogen. All das plus 14 der gefährlichsten und schwersten und höchsten Berge der Welt werden dann alles in anderthalb Stunden irgendwie so reingepresst. Ein bisschen mehr als anderthalb Stunden. Das ist ganz klar ein Fehler im Setting. In Wirklichkeit hätte das Ganze eine Netflix Miniserie werden müssen. Nicht nur sollen, sondern müssen. Man hätte diese 14 Achttausender isoliert darstellen können. Man hätte eine eigene Folge in seiner Geschichte, wie er tatsächlich aufgewachsen ist, was er so durchgemacht hat in seinem Leben, wie es ihm bei den Special Forces ging und so weiter. All das hätte man aufbereiten können, und tatsächlich auch sehr spannend gestalten können. Die Miniserie hätte sehr viele Bergsteiger angezogen. Natürlich versuchte Netflix hier mit diesem Film auch sehr viele Laien wieder vor den Bildschirm zu holen, aber ganz ehrlich, Netflix hat mittlerweile sehr viel Erfahrung mit Serien und Filmen, die nicht gut laufen. Eine mehr oder weniger hätte es da jetzt auch nicht mehr getan. Aber man muss dazu sagen, mit einer Serie hätte man sehr viele große, eingefleischte Fans des Bergsteigens, Fans des Alpinismus, nochmal deutlich besser abholen können. Dann hätte man im ersten Teil gesehen, wie Nirmal Purja sich darauf vorbereitet, wo er herkommt. Immer eine Stunde, dann hätte man eine Serie über 14, 15, 16 Stunden gehabt, die vielleicht in sich geschlossen ein deutlich vollständigeres Bild von diesem Erleben gemacht hätte, als das, was wir jetzt mit diesem Film produziert haben. Nochmal, das ist keine Kritik, keine plumpe Kritik an ihm, überhaupt nicht. Es ist die Kritik an dem Ansatz, den man hier verfolgt hat. Wir haben hier etwas erlebt oder wir haben hier etwas mitverfolgen können, wir haben hier etwas nachsehen können sozusagen, was wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten so schnell nicht mehr passieren wird. Eine Ausnahmeleistung, die in der Vergangenheit nicht ansatzweise getoppt oder geschlagen wurde. Wir haben hier also eine einmalige Situation und es hätte meiner Meinung nach auch in der Verantwortung von allen Leuten, die an dieser Produktion beteiligt waren, und das war ja natürlich nicht nur Nirmal Purja selber, sondern ein großes Team drumherum. All die hätten eigentlich schon überlegen müssen, wenn das Ganze funktioniert, sind wir dann wirklich zufrieden damit, wenn wir einen Film haben? Und das bringt mich auch schon zum Thema des Films oder was heißt zum Thema, zur Umsetzung besser gesagt. In der Umsetzung war der Film überhaupt nicht schwach, keineswegs. Er war stark, er war ergreifend, er hat einen dazu bewegt, weiterzuschauen und man wollte wissen, wie es ausgeht, obwohl eigentlich vollkommen klar war, wie es ausgeht. Das ist ein Film, das muss man erst mal schaffen, als ein Darsteller, aber auch als Regie, es zu schaffen und vor allen Dingen als Produktionsteam dann im Nachhinein, einen Film, bei dem jeder weiß, wie er ausgeht, trotzdem die Menschen bis zum Schluss zu fesseln. Das ist natürlich eine große, große Leistung, aber gleichzeitig entstand das durch Mechanismen, die mich persönlich im Kino, aber vor allen Dingen in dieser Umsetzung von alpinistischen Projekten auf der Leinwand in den letzten Jahren immer mehr stören. Wir sprechen hier von extremen Special Effects, wir sprechen hier von unfassbarer Bearbeitung der Filme, wir sprechen hier davon, dass es Zeichnungen gibt, die darstellen sollen, wie etwas passiert ist, weil man leider keine GoPro dabei gleichzeitig auf On geschalten hat. All das wirkt immer sehr verzweifelt, weil es wirkt immer so, als müsste man immer so viele Menschen wie möglich vor den Bildschirm holen, die keine Ahnung von der Thematik haben. Ich glaube, dass es durchaus legitim ist, dass es einmal Filme gibt, die auch groß auf einer großen Plattform erscheinen, die sehr spezifisch sind, die nicht jeden abholen können, weil man vielleicht das ein oder andere Hintergrundwissen braucht, was das Gefährliche an den 14.8000ern ist. Warum muss man in einem Film immer wieder aufs Neue erklären, was die Todeszone ist und was das bedeutet und warum nennt man es überhaupt Todeszone, nur um eine Dramaturgie zu schaffen, das ist alles relativ plump und einfach. Aber auf der anderen Seite verstehe ich natürlich auch die Intention, möglichst viele Menschen mit diesem Film abholen zu müssen. Es war während dem Schauen immer so ein Für und Wider. Ich habe während dem Film sehr viele Notizen gemacht, ich habe mich sehr stark, so wie ich das immer mit Bergfilmen mache, sehr stark mit diesem Film auseinandergesetzt, mit der Person dahinter, aber vor allen Dingen mit der Herangehensweise an die Thematik. Und was mir bei Letzteren auffiel ist eben, dass die Menschen doch, oder gerade das Produktionsteam, doch sehr darauf fokussiert war, wirklich alles in eine extreme Dramaturgie zu setzen. Dabei waren die Szenen und die Musik beispielsweise oftmals gar nicht stimmig. Nirmal Purja macht immer den Eindruck, relativ lässig drauf zu sein und relativ gemütlich alles anzugehen. Aber auf der anderen Seite muss die Musik dramatisch sein und unfassbar spannend und zeigen, dass alles gerade extrem eng ist, weil das filmische Material das hergibt. Dabei war Nirmal Purja wahrscheinlich in manchen Situationen viel entspannter als der Zuschauer, der sich das Ganze gerade vor seinem Bildschirm angesehen hat. Das Ganze kam eben durch die, oder kommt eben durch diese Manipulation der Darstellung zustande. Damit meine ich übrigens nicht die Manipulation von Nirmal Purja am Filmmaterial, sondern die Darstellung, wie es umgesetzt wird. Welche Szenen werden wie geschnitten? Gibt es wo schnelle Schnitte hintereinander? Gibt es wo dramatische Musik? Wie ist die Lautstärke der Musik? Wie gut wird das abgemischt dann, um das alles in eine dramatische Situation zu pressen und so weiter. Wenn man aber gerade vor Ort steht in der Situation, dann ist im Hintergrund keine Musik, sondern man hält die GoPro und schaut, dass man das Material draufkriegt, das man draufhaben will, um irgendetwas zu zeigen. Was dann im Nachhinein mit dem Material passiert, das weiß man gar nicht so genau in dieser Situation und man macht sich ja auch im K2 gerade ganz andere Gedanken, als dass man sich die Frage stellt, naja, wie wird das dann filmisch umgesetzt? Das ist ja nicht der Fall. In Wirklichkeit wird das Ganze einem Produktionsteam übergeben und die schauen sich dann an, wie man das Beste daraus machen kann. Und man muss sagen, sie haben etwas sehr, sehr Gutes draus gemacht. Es erinnert sehr stark an die Verfilmungen von Red Bull, vom Media House. Das kommt dem Ganzen schon sehr nahe. Wer vielleicht den David-Lama-Film gesehen hat über den Cero Torre, Not a Snowball's Chance in Hell beispielsweise heißt der, glaube ich, im ganzen Titel. Das hat schon sehr, sehr starke Ähnlichkeiten. Ich glaube auch, dass sich das Produktionsteam sehr stark an dieser dramatischen Aufmachung orientiert hat. Der große Unterschied aber ist, dass David Lama beispielsweise in seinem Film nie den Eindruck gemacht hat, dass das alles eine lässige Angelegenheit ist. Nirmal Purja macht aber den Eindruck. Vielleicht hat er es auch nie gedacht, aber er macht sehr oft den Eindruck, als wären diese Berge gar keine sehr großen Challenges. Ich glaube, selbst die wirklich, wirklich schweren Touren waren für ihn wahrscheinlich eine riesige Herausforderung, aber wie gesagt, das Bild, das hängen bleibt, bei mir am stärksten hängen bleibt, ist das Bild des nepalesischen Bergsteigers, der eine Nacht zuvor Party gemacht hat und am nächsten Tag dann einen Achttausender besteigt. Das ist dieses Bild, das bei mir hängen bleibt. Das ist auch das Bild, das nochmal unterstrichen wird, in dem andere Bergsteiger, ich glaube, es war dann Chimichin, nochmal sagen, jemand, der quasi vorher die ganze Nacht saufen war und dann in einem Tag einen Achttausender besteigt, das ist absolut verrückt. Also man merkt, man möchte das auch irgendwo unterstreichen, dass er das einfach so schnell abarbeitet. Es ist auch irgendwo im Sinne von Nirmal Purjas Message. Er möchte nämlich mit diesem Film mitteilen, wir Nepalesen, wir sind auf dem Vormarsch, wir können einiges erreichen und wir können einiges leisten und passt auf uns auf, denn wir werden in Zukunft noch viel krassere Sachen umsetzen. Gleichzeitig aber versucht der Film das Drama aufrecht zu erhalten, denn wenn man vorher schon weiß, wie es ausgeht, dann ist es vielleicht auch nicht so spannend, jemandem dabei zuzusehen, wie er da jetzt einfach für seine Verhältnisse einfach mal ein bisschen wandern geht. Das ist genau das Gleiche, wie wenn ich euch jetzt morgen mitnehme, sozusagen mit der Kamera, auf irgendeinen Halbweg, auf eine halbwegs anspruchsvolle Skitour und dabei sage, ja ist eh alles ganz lässig und dann fahre ich wieder runter und dann ist das Video eben zu Ende. Die Spannung ist nicht gegeben, es gibt keinen Grund dran zu bleiben, man will, es gibt keinen Informationswert mehr und das ist klar, ich habe es geschafft, sonst wäre das Video nicht online und so ist es bei Nirmal Purja eben auch, das Ende steht fest, jeder kennt das, bevor er den Film auftritt oder die meisten und insofern muss man das jetzt natürlich irgendwie anders dramaturgisch darstellen und das haben sie ja auch sehr, sehr gut geschafft, es passt nur nicht sehr gut mit dieser Lässigkeit überein, die Nirmal Purja während den Szenen oftmals ausstrahlt. Man hätte sich da vielleicht einigen sollen auf eine Darstellungsweise und ich glaube, Nirmal Purjas war die richtige, denn wir sollten dem Bergsteigen keine überflüssige Dramaturgie spendieren. Bergsteigen steht für sich allein, wir brauchen niemanden, der dramatische Musik drunter legt, wir brauchen keinen Hans Zimmer, der unsere Besteigungen nochmal musikalisch untermalt. Wenn das Bergsteigen nicht für sich allein steht, dann ist es nicht spannend genug gewesen oder dann war es nicht interessant genug, aber jedenfalls sollte es immer für sich allein stehen können, nicht müssen, aber können zumindest. Sprechen wir jetzt vielleicht nochmal ganz kurz zum Schluss über diesen patriotischen Gedanken, der in diesem Film manchmal etwas mitschwingt. Nirmal Purja sagt selbst, er möchte das nepalesische Volk im Alpinismus jetzt größer machen, einen größeren Wert darstellen und vor allen Dingen zeigen, dass man sich jetzt hier nicht nur als Sherpa und Porter abgibt, sondern sie jetzt selbst im Spiel der Alpinisten mitspielen. Das ist ein gutes Recht und das setzt er sehr erfolgreich um und ich finde, das hat er auch sehr gut gemacht, wenig überheblich bis gar nicht überheblich, sondern einfach nur als wie eine Art Freiheitskämpfer der Menschen, die sonst immer nur als Porter und als Träger schlecht bezahlt die Arbeit machen mussten für die westlichen Bergsteiger. Das hat er sehr gut vermitteln können und das ist auch sehr, sehr richtig. Gleichzeitig quält mich dabei auch ein wenig dieser Gedanke, dass man immer mit so einem patriotischen Ansatz in den Bergen unterwegs ist. Wir Nepalesen, wir Österreicher, wir Deutsche, wir Italiener, wir sind in den Bergen und wir besteigen einen Berg und wir erobern einen Gipfel. Das erinnert sehr stark an das Jargon der 40er und 50er Jahre als Menschen wie ein Karl-Maria Herrlikhoffer versucht haben, Berge zu besteigen als eine militärische Mission. Ich muss jetzt hier ganz gut aufpassen, weil die Nachfahren von Herrlikhoffer sind sehr gerne damit beschäftigt, auch Leute zu verklagen, die ihnen nicht in den Kram passen mit der Kritik ihres Vaters. Aber gut, sei es wie es sei, die Herrlikhoffers oder der Herrlikhoffer beispielsweise, der hat militärische Expeditionen geplant, nur ganz ohne Armee. Es ging also um einen heroischen Ansatz für das deutsche Volk, für das Vaterland und so weiter. Da muss man sehr gut aufpassen, dass man sich nicht in so einem nationalistischen und patriotischen Dasein bewegt. Denn ich glaube, dass der Bergsport heute, gerade im 21. Jahrhundert heute, eigentlich über diese Maße hinweg denken sollte und sagen sollte, wir sind eine große Gemeinschaft als Bergsteiger, nicht als Nationen in sich geschlossen, sondern wir Bergsteiger versuchen Berge zu besteigen und unter coolen Umständen beispielsweise wie Nirmal Purja in sechs Monaten und sechs Tagen die 14 Achttausender bestiegen hat oder aber vielleicht auch wie ein Hans Kammerlander die Seven Second Summits bestiegen hat als erster Mensch oder auch wie Reinhold Messner ohne Sauerstoff den Mount Everest besteigt. Es ist eigentlich vollkommen egal, was für einen Reisepass Reinhold Messner hat. Es ist eigentlich auch vollkommen egal, was für einen Reisepass Nirmal Purja hat. In Wirklichkeit sollten wir uns auf die Bergsteiger konzentrieren, die unterwegs sind und auch wir sind ja Bergsteiger, wir sollten uns also demnach auch auf uns selbst konzentrieren, wenn wir in den Bergen unterwegs sind, auch wenn wir jetzt gerade keine Achttausender besteigen. Wir sind eine große Gemeinschaft und deshalb ist es meiner Meinung nach auch wichtig, dass wir selbst nicht mit unserer Herkunft und unseren Erfahrungswerten prahlen, sondern uns untereinander stützen und untereinander, wenn wir nette Leute kennenlernen, mit ihnen etwas unternehmen, ganz unabhängig davon, wo man herkommt. Das alles steht aber etwas in Parenthese zu dem, was Nirmal Purja vermitteln möchte. Gleichzeitig müssen wir aber akzeptieren, dass Nirmal Purja der Vertreter eines Volkes ist, das in den letzten 50 bis 70 Jahren unterdrückt wurde von den westlichen Bergsteigern. Natürlich ging es immer um Geld, natürlich haben die Nepalesen damit Geld verdient, aber in Wirklichkeit war es eine Abhängigkeitssituation. Ohne die westlichen Bergsteiger hätten diese Menschen überhaupt keine Arbeit gehabt. Die westlichen Bergsteiger konnten ihnen geben, was sie wollten, es gab keine Mindestlohntarife, selbst Gewerkschaften bildeten sich erst in den späten 90er Jahren. Es war also in Wirklichkeit auch ein wenig Ausbeutung mit im Spiel. Insofern kann man ihm nicht vorwerfen, dass er jetzt sozusagen als der Freiheitskämpfer der alpinistischen Sektion der Nepalesen gilt, aber gleichzeitig sollte man vorsichtig sein, wenn man wieder anfängt, nationale Gedanken, egal ob gerechtfertigt oder ungerechtfertigt, in den Alpinismus zu bringen. Wir im Westen haben diesen Fehler gemacht und wir haben nichts daraus gelernt, das ist das Traurige. Noch immer gehen Menschen damit mit dem Ansatz Bergsteigen, dass die Österreicher jetzt irgendwo oben waren, die Schweizer jetzt irgendwo ihren Berg bestiegen haben oder sonst etwas getan haben. Gerade Deutsche haben beispielsweise immer noch ein ganz, ganz komisches Verhältnis zum Nangapabat und zu dessen historischer Aufarbeitung. Das alles sollten wir möglichst vergessen. Ich weiß, das ist nicht leicht und das wirkt dann etwas, als würde man Geschichte vergessen wollen, aber es geht darum, diesen Ansatz zu vergessen, um ihn nicht zu wiederholen. Denn Nationalismus, ja, der bringt in Alpinismus wirklich niemanden weiter. Und wenn wir an den Mann denken, der dafür verantwortlich ist, dass der nationalistische Gedanke erst in den Alpinismus kam, ja dann sollten wir uns definitiv davor fürchten, da wieder reinzuschlittern. Wie, ich sage natürlich nicht, dass Nirmal Purja irgendeinen nationalistischen Gedanken oder patriotischen Gedanken mitschwingen lassen möchte oder das absichtlich macht. Aber wir sollten das nicht als Anlass sehen, uns jetzt zu denken, ja gut, aber jetzt kommt doch wieder der Deutsche oder der Österreicher oder der Italiener oder der Schweizer und besteigt den Berg jetzt schneller und dann ist es wieder eine österreichische Mission oder sonst was. Überhaupt nicht. Eben das sollten wir eben verhindern. Ich freue mich sehr für die Nepalesen, dass es ihnen gelungen ist, dieses Projekt so umzusetzen. Ich freue mich sehr darüber, dass es ein Nepalese geschafft hat, sich aus der Armut rauszufrimmeln und entpuppt sich als ein sehr smarter, intelligenter und vor allen Dingen sehr disziplinierter Mensch. Das alles freut mich sehr als jemand, der die Nepalesen grundsätzlich sehr, sehr schätzt. Aber gleichzeitig muss man sagen, er ist eine Ausnahme. Er ist nicht der typische Nepalese. Er ist nicht der typische, er genießt nicht den typischen Lebensweg eines Nepalesen, sondern einen deutlich, deutlich höheren Standard. Und das auch schon vor seinem großen Erfolg als Bergsteiger. All das sollte man wissen. Es schmälert nicht die Leistung. Und wenn mir jetzt jemand wieder in die Kommentare schreibt, dann flippe ich aus, dass das jetzt alles wieder nur Relativierung ist und dass ich es erstmal besser machen soll. Darauf will ich mit keiner Silbe hinaus. Es geht mir um was ganz was anderes. Es geht mir vor allen Dingen um die Auseinandersetzung mit dem Werk, was hier fabriziert wurde. Wie gesagt, mein großes Fazit ist, schade, dass es keine große Serie wurde, sondern oder eben so eine Miniserie mit langen Folgen, sondern ein Film. Ich finde, der Film wirkt sehr gehetzt. Ich finde, der Film wirkt etwas gestresst. Man hätte länger auf die Berge eingehen müssen, man hätte mehr auf seinen Hintergrund eingehen müssen, damit das alles nicht unbedingt intensiver ist, aber vor allen Dingen klarer ist und eindeutiger ist. Man hätte sich länger mit dem, vor allem mit dem Nagapabat beschäftigen müssen. Der wurde in diesem Film abgefrühstückt, obwohl er zu den gefährlichsten Bergen der Welt zählt. All da, da fehlen mir die Ansätze. Was ist mit seinem ideologischen Ansatz? Warum hat er gesagt, dass es für ihn richtig ist, überall Sauerstoff zu verwenden und Fixseile zu verwenden? War ihm das nicht so wichtig oder war es ihm wichtig, aber er wollte lieber auf die Zeit schauen? Dazu hört man von ihm nichts. Er äußert sich dazu nicht. Dafür war auch einfach nicht die Zeit. Es ist die Freiheit des Künstlers zu entscheiden, was in einem Film oder in einem Werk grundsätzlich vorkommt und was nicht. Und in diesem Fall muss ich sagen, die Prioritäten wurden sehr gut gesetzt. Aber es war eben zu wenig Zeit, um vielleicht noch mehr aufzuarbeiten. Mich würde viel von ihm interessieren. Ich habe viele Fragen an ihn, ganz ehrlich. Und ich glaube aber, dass man all diese Fragen hätte klären können, wenn man sich dafür die Zeit genommen hätte, auch als Produktionsteam. Man hätte sehr viel nacharbeiten können bei diesem Film innerhalb von Interviews, die reingeschnitten werden mit ihm. Das alles hätte viel Potenzial gehabt. Aber ich finde nicht, dass es deshalb ein schlechter Film ist, auf keinen Fall. Ich finde, er ist extrem hochwertig produziert. Wie gesagt, er ist mindestens auf dem Level der Red Bull Media House Filme und Werke und das heißt schon was. Und deshalb, es ist ein sehr, sehr guter Film, aber es da hätte mehr drin sein können. Ich finde die Person Nirmal Purja sehr spannend. Ich bin auch sehr gespannt, was da noch kommt. Er hat sehr groß den Mund aufgemacht, dass da noch sehr viel mehr kommen wird. Da bin ich schon sehr gespannt, ehrlich gesagt. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, eine fantastische Leistung, eine absolut unfassbare Leistung, eine absolut für sich alleinstehende Leistung. Wenn es mal einen Film gibt über einen anderen Menschen als Reinhold Messner selbst, in dem Reinhold Messner sagt, dass er eine Leistung beeindruckend fand, dann heißt das schon was. Das kann eigentlich, das ist eigentlich der perfekte Abschluss für diesen Film. Und ich würde auch sagen, dass es der perfekte Abschluss für diese Podcast-Episode ist. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir in die Kommentare bei YouTube oder auch gerne an kontakt.alpenacademy.at schreibt, was ihr von dem Film gehalten habt, wie ihr ihn fandet, ob ihr ihn schon gesehen habt, ob ihr ihn euch überhaupt ansehen wollt und so weiter. Das finde ich alles ganz spannend. Also schreibt mir das gerne. Ihr könnt mir auch gerne weitere Vorschläge für Themen schreiben. Wie gesagt, ich habe dieses Thema jetzt auch nur deshalb aufgegriffen, weil es mir unzählige Male geschrieben wurde, dass ich das doch bitte machen soll. Deshalb, wenn ihr andere Themenvorschläge habt, wenn ihr andere Themen habt, wo ihr sagt, red doch da mal drüber, sagt dazu vielleicht deine Meinung, nimm das mal auseinander, wie auch immer, dann auch das gerne in YouTube-Kommentare oder gerne an kontakt.alpenacademy.at Ihr findet alle Infos dazu auch in der Podcast- Beschreibung oder eben auch in der YouTube-Beschreibung. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil.